Die Qualität der Studierenden im MPEI ist, glaube ich, eines der wichtigen Merkmale des MPEI. Wir haben interessierte, ehrgeizige, engagierte Leute. Wenn denen was nicht passt, sagen sie es, deswegen passt es immer. Die stellen gute Fragen, die motivieren durch ihre guten Fragen die Dozierenden. Und das ist dann sozusagen ein Zirkel, ein positiver Zirkel. Es sind diese interessierten Leute da, es sind Dozierende da, die auch engagiert sind. Das schaukelt sich hoch und, langer Rede, kurzer Sinn, hervorragende Erfahrungen mit den Studierenden, den Teilnehmern am MPEI. Es sind ja keine normalen Studierenden, es sind ja alle schon durchaus erfahrene, junge Persönlichkeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017